Werwolf, Johnny. Johnny, und da sind sie. Da sind sie die Skater. Sehr schön. Starten wir mal unsere 8 Freispiele. Soll es immer scheppern hier. Kleine Kollekte dort und ein Pünfer. Mensch, mehr zu holen sei. Aber die dicke Zahl nahe hier. Jawohl. Mit X2er-Kollekt. Sehr schön, sehr schön. Woi, woi. 330 Tage. Geil. Und Super-Respin, 170 noch drin. Mal gucken. 190. Alles wieder Kollekte dort. Wieder 145 Tage mitgenommen. Wahnsinn. Geiler Win. Hat auch gar nicht so lange gedauert. Oh, Trüffelschwein-Nase ist wieder aktiviert. Liebe Zeugen und Zeuginnen, die dies noch nicht getan haben, klickt auf Gefällt mir und liked den Stream. Hoch mit den Daumen. Like, like, like. Und verlängert doch. Mensch. Aber Kollekte, dennoch. Sehr schön. Noch mal ein guter Fuffi immer drauf. Vorletzter Spin. Und der letzte Spin. Gön. Super-Respin. Super-Respin. Gön den auch noch. Gön. Gön. Ja. 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 Krank. Kranker Wind. Geil. Den hat er echt noch geschnappt, Alter. Noch mal ein Fünfer da drauf. Tausend Takten hier. Geschnappt. Wie ein Mann bei Heart of Rio. Geil. Balance steht auch über 2K. So muss man das das mal nicht. Ab geht's. Weiter Slotin rollen. Schön. Alter. Fantastisch. Das war mal wieder was. Super. Also kann man das mal nicht mehr planer. So das war mal wieder. I-Konzin. Ich-Konzin. Vielen Dank.